Heute möchte ich mit dir ganz gerne über die aktuelle Kryptowährungssituation sprechen, warum die meisten Kryptowährungen gerade ansteigen und vor allem, ob wir uns auf dem Weg Richtung Altcoin Season befinden. Am Ende des Videos werde ich dir ganz kurz Metaverse Wear vorstellen, eine neue Plattform, die zwischen der Fashion und der realen Welt einige sehr interessante Ideen hat. Alle weiteren Informationen, wie gesagt, am Ende des Videos. Und damit ein herzliches Hallo, ich hoffe, du bist wunderbar in dieses Wochenende gestartet. Lass gerne noch schnell einen Daumen nach oben da und schreib einen Kommentar, das würde mir extrem helfen und natürlich den Algorithmus befriedigen. Wie du wirst es wahrscheinlich mitbekommen haben, wenn du heute Morgen aufgestanden bist oder gestern Abend noch aktiv dir die Charts angesehen hast, denn wir sehen aktuell, dass der gesamte Kryptowährungsmarkt sich gerade wieder ziemlich positiv bewegt. In den letzten 24 Stunden haben wir alleine ein Plus bei der Gesamtmarktkapitalisierung von 4,02% verzeichnen können. Die meisten Kryptowährungen sind aktuell grün und das macht natürlich richtig Spaß, so aufzustehen und so sein Portfolio zu betrachten. Natürlich ist das immer noch weit weg von den aktuellen All-Time-Highs, die die meisten Kryptowährungen so hingelegt haben. Trotzdem natürlich mal wieder eine sehr schöne Situation, in der wir uns gerade befinden. Durch diesen Anstieg gibt es aber natürlich auf der anderen Seite auch wieder Positionen, die liquidiert worden sind. Denn wir haben bei einem Spekulationsmarkt wie eben dem Kryptowährungsmarkt immer wieder Personen und Persönlichkeiten und natürlich auch institutionelle Investoren, die also auf eine verschiedene oder bestimmte Preisveränderung spekulieren. Und das bedeutet am Ende, dass sie quasi Wetten darauf abschließen, ob der Preis fallen oder steigen wird. Wenn sie dann keinen Stop-Lose eingesetzt haben, dann gibt es eben auch Liquidierungen. Und gerade in den letzten 24 Stunden haben wir wieder 74,71% Short-Positionen gesehen, die hier liquidiert worden sind. Natürlich sprechen wir hier lediglich von 151 Millionen US-Dollar. Das ist im Kryptowährungsumfeld sehr, sehr gering, vor allem wenn wir uns die Daten aus der Vergangenheit angucken. Hier gab es zum Beispiel am 21. Januar über oder knapp eine Milliarde US-Dollar, die liquidiert worden ist. Alleine an Long-Positionen. Und das ist natürlich eine ganz andere Umgebung, in der wir uns hier befinden. Das hat natürlich mit viel stärkeren Schwankungen zu tun und vor allem eben auch ganz anderen Erwartungshaltungen der Investoren. 151 Millionen US-Dollar in 24 Stunden. Ich glaube, damit können wir aktuell leben. Durch diese entsprechende Veränderung des Bitcoin-Preises, 2,41% in den letzten 24 Stunden, gibt es nun eben auch wieder sehr viel Euphorie und natürlich auch die Erwartungshaltung, dass nun mit dem Bitcoin einiges passiert. Deswegen findet man auf Twitter in seiner Crypto-Bubble nun alle möglichen Prognosen zu diesem ganzen Thema. Und bevor wir uns hier einige Aussagen, einige Analysten angucken und einige Trader, möchte ich ganz kurz darauf hinweisen, dass natürlich niemand voraussagen kann, wie der Preis sich vom Bitcoin oder der anderen Kryptowährungen in der Zukunft verhalten wird, wie sich das verändern wird und so weiter und so fort. Trotzdem ist es natürlich total spannend, sich alle möglichen Meinungen anzugucken, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was wir dann von der Zukunft so zu erwarten haben. Wenn wir uns die Daten und Informationen von Pentoshi angucken, dann ist das eine Person, die der Meinung ist, dass wir hier wahrscheinlich noch neue Tiefstände erreichen werden. Das ist jedenfalls seine Aussage. Er sagte, der Makro-Gegenwind ist immer noch zu stark, aber mittelfristig denke ich, dass wir uns vor der Erschöpfung der Verkäufe erholen, bevor wir neue Tiefstände oder vorherige Tiefs erreichen. Also tendieren sie im späteren zweiten Quartal nach oben und dann nach unten. Er glaubt also, dass es quasi, wie gesagt, einen kurzen Anstieg und dann wieder einen Abverkauf gibt und dadurch quasi auch der Bitcoin-Preis wieder fallen sollte. Es gibt aber auch andere Aussagen, wie zum Beispiel die von Matthew Hayland, der eben der Meinung ist, dass wir nun den Widerstand von 40.300 US-Dollar nun sogar zum Support machen konnten und das in den letzten Tagen, was quasi eine Rally einleiten sollte. Ob das tatsächlich aber der Fall ist, das werden wir wohl erst herausfinden. Wenn wir uns dann noch die Daten von dem guten Crypto-Ad ansehen, dann gibt es hier ebenfalls alle möglichen Ansichten zu dem ganzen Thema. Er hatte bereits davor eine Prognose von ungefähr 43.000 US-Dollar abgegeben, aber es geht natürlich auch um eine neue mögliche Konsolidierungsperiode, die theoretisch nun eingeleitet werden könnte und dadurch gibt es natürlich auch wieder eine entsprechende Veränderung des Bitcoin-Preises. Wichtig ist hierbei aber, dass er aus seiner Sicht eben eine sogenannte Bull-Flag-Formation hier gekennzeichnet hat und dass diese quasi tatsächlich nur noch gegriffen hat. Das heißt also, dass der Bitcoin gerade in einer sehr bullischen Situation sich gerade wiederfindet und dadurch eben auch durchaus das Potenzial hat, die nächsthöheren Preise zu erreichen. Er, wie gesagt, tendiert eher Richtung 43.000 US-Dollar in den nächsten Tagen und ich bin sehr gespannt, wie das tatsächlich am Ende des Tages aussieht. Aber auch ETH konnte sich vor allem in den letzten 24 Stunden recht gut entwickeln. Wir haben auch hier einen ziemlich schönen Peak nach oben miterleben dürfen. Von ungefähr 2.500 US-Dollar ging es nach oben Richtung 3.000 US-Dollar und das ist natürlich auch ein Wert, der sehr wichtig für den ETH-Kurs letztendlich ist. Und damit stellt sich uns natürlich auch die Frage, ob es vielleicht jetzt zu einer Altcoin-Season kommt, zu einer sommerlichen. Das wäre natürlich eine super Sache. Das Ganze wird ja zum Beispiel auch von BTC Fuel hier nochmal aufgenommen und er ist der Meinung, dass es durchaus realistisch wäre, dass wir uns jetzt nun Richtung Altcoin-Season bewegen. Dafür muss natürlich aber noch einiges passieren. Wir sehen ja alleine in den letzten 24 Stunden eine positive Veränderung des Preises bei ETH von ungefähr 4,4%. Aber auch zum Beispiel Avalanche in der Top 10 konnte um 7,83% nach oben gehen und da gibt es natürlich dann häufig die Annahme, dass es nun ASAP Richtung Altcoin-Season geht. Und er ist der Meinung, dass es durchaus realistisch ist, dass dieser Bereich tatsächlich erreicht wird. Dafür muss aber natürlich noch einiges passieren. Das ist ganz realistisch und er spricht eben davon, dass wir hier zwischen Juni und August uns in der Topzone befinden werden. Und damit eben auch quasi die Altcoin-Season eingeleitet wurde und dass die Chance dann mit dem Laufe des Jahres dann wieder abnimmt. Ich bin sehr gespannt, ob er damit recht behalten wird oder eben nicht. Das gab bereits in der Vergangenheit sehr viele Aussagen diesbezüglich, dass also eine Altcoin-Season in diesem Jahr stattfinden soll. Und das bedeutet am Ende des Tages ja nichts anderes, als dass alle anderen Kryptowährungen, abgesehen natürlich von den Stablecoins und dem Bitcoin, anfangen überproportional anzusteigen und dadurch natürlich auch unglaubliche Kursgewinne zu realisieren sind. Ich finde es aber total wichtig, hier den Ball auch flach zu halten und diese Dinge nicht einfach eins zu eins zu übernehmen. Denn wir sehen hier lediglich theoretische Ansätze zum Beispiel von BTC Fuel und wissen eben am Ende des Tages nicht, ob das wirklich passieren wird. Sicherlich ist es total sinnvoll, sein Portfolio aufzubauen und sich auf Kryptowährungen und Projekte zu stürzen und sich dort intensiv einzulesen, von denen man überzeugt ist und dann im besten Fall sogar Positionen aufzubauen. Doch nur auf einen einzigen Twitter-Account zu vertrauen, wäre hier sicherlich die falsche Sichtweise. Wir haben da vorher schon darüber gesprochen, dass nun einige Trader davon ausgehen, dass es nur ein kurzzeitiges positives Auflackern zum Beispiel des Bitcoins ist und dass es dann wieder erstmal nach unten geht, wir neue Tiefs erreichen und dadurch würde sich quasi auch der Großteil der Altcoins an dieser Bewegung des Bitcoin orientieren und aufgrund der hohen Korrelation ähnliche Bewegungen dann einleiten. Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Wichtig ist hier also zu verstehen, wenn man das zusammenfasst, dass es immer noch viele verschiedene Meinungen gibt. Einige davon ausgehen, dass wir nun vor einer Altcoin-Season stehen, diese aber in keinster Weise bestätigt worden ist, auch wenn wir uns die Daten ansehen und wir wissen auf der anderen Seite eben auch, dass die Mehrheit der Analysten gerade davon ausgeht, dass es nur ein kurzes Auflackern sein kann des Bitcoin und dass wir dann nochmal neue Tiefstände sehen könnten. Aber, und das ist ganz wichtig, wir sprechen hier von könnten, denn auch diese Trader und Analysten wissen am Ende des Tages nicht, ob es tatsächlich so kommen wird oder nicht. Deswegen ist diese Situation, in der wir uns befinden, nur kurzfristig zu betrachten und hat nichts mit der langfristigen Weiterentwicklung des ganzen Kryptomarktes zu tun. Und ich glaube, das ist total wichtig zu verstehen. Doch wie stehst du eigentlich gerade zur aktuellen Situation? Bist du positiv eingestellt, negativ eingestellt? Schreib es doch gerne mal unten in die Kommentare. Dass CDFI alle möglichen super interessanten Projekte rausbringt, das ist nichts Neues. Es wird nun in den nächsten Tagen ein neues Projekt gestartet. Das Ganze nennt sich Metaverse Wear und da geht es quasi um eine Fashion Bridge zwischen der realen Welt und dem Metaverse. Denn wir wissen, dass das Metaverse zukunftsorientiert aufgebaut ist und man verschiedene Elemente dort mit abdecken kann. Wir erinnern uns daran, bereits in der Vergangenheit gab es einige Bestrebungen, digitale Güter tatsächlich eben auch in die reale Welt mit zu übertragen. Und Meta Wear möchte quasi diese Brücke nun schlagen. Es geht am Ende des Tages darum, also nun verschiedene Elemente aus der Modeindustrie hier abzudecken. Und es ist eben dann denkbar, dass man dadurch die Möglichkeit hat, sich nicht nur natürlich Waren anzugucken, sondern sich diese dann eben auch irgendwann zu organisieren und sie am Ende des Tages dann zugeschickt zu bekommen. Wir kennen auch das Problem heute schon, wenn man in eine Mall geht und sich dann bei einem Hersteller quasi Kleidung aussucht, dann ist das meistens voll, auch wenn das vielleicht durch die Pandemie heute nicht mehr so ist. Aber wir haben nun mal viele Menschen, die sich eben alle möglichen Kleidungsstücke angucken. Vielleicht sind sogar die Sachen, die ich eigentlich haben möchte, gar nicht mehr vorhanden, sind schon weg, vergriffen, wie auch immer. Und so löse ich natürlich das Problem. Ich kann die Sachen ganz entspannt online anprobieren und kann dann eben gucken, ob mir das stehen würde oder eben nicht. Und wenn es eben so ist, dann kann ich mir dieses Produkt dann am Ende kaufen. Und genau das ist etwas, was hier quasi umgesetzt werden soll. Es geht also quasi darum, alle möglichen Elemente aus der Fashion-Welt ins Metaverse zu bringen, um uns einfach eine eierlegende Wollmichsau hier zu bieten und damit tatsächlich eben alle möglichen Probleme, die ich damit eben verbunden habe, nun zu lösen. Das Ganze soll in natürlich verschiedenen Etappen kommen. Sie möchten natürlich sich auch mit dem Thema Design auseinandersetzen, so dass man quasi lernt, wie man diese echten Waren in die digitale Welt und auch wieder in die reale Welt bekommt. Es geht natürlich auch darum, sich dann mit dem Metaverse selber zu beschäftigen, denn Klamotten und so weiter sind das eine. Auf der anderen Seite brauchen wir aber digital eben auch die Malls, also die Shopping-Miles und so weiter, die umgesetzt werden, die eben auch realistisch sind, in denen ich mich gut bewegen kann. Und natürlich auch die ganzen Stores. Und es gibt eben auch super viele Concept-Videos zu dem ganzen Thema bereits, auch auf YouTube mittlerweile. Und das Ganze sieht schon sehr, sehr spannend aus. Man verbindet, wie gesagt, beide Elemente miteinander. Und das kann zukünftig schon zu dem nächsten Schritt werden, den ich auch für realistisch halte. Denn man möchte vielleicht einfach auch nicht mehr raus, nicht mehr so häufig. Es gibt sicherlich einige Menschen, auf die das zutritt oder trifft. Und in dem Fall würde man hier also das Problem lösen. Die Leute aus dem Team haben sich natürlich auch hingesetzt und haben sich dazu bereits geäußert, stellen hier alle möglichen Sachen vor. Du kannst dir also gerne mal die Webseite MetaverseWare angucken und dann mal rüber gucken, was hier alles so geplant ist. Es ist außerdem natürlich so, dass wir hier eine Roadmap haben und alle anderen möglichen Pressepartner, mit denen sie bereits zusammenarbeiten, wie sie das Ganze aufbauen wollen. Und das ist so, dass wir in Q1 2022 jetzt eben diesen Token Crowdsale haben oder das IGO. Und in Q2 soll es dann schon die erste Fashion Mall geben und dann eben auch schon die ersten CX Listenings. Dann soll es NFT Shops geben und dann soll das Ganze auch in London gestartet werden. Also man sieht schon, in welche Richtung das Ganze geht. Und sollte das tatsächlich umgesetzt werden können, dann sprechen wir hier wirklich von einem der größten Projekte überhaupt. Das Ganze wird übrigens am, ja, circa 21. März stattfinden, mit einer, ja, Allocation von 400.000 US-Dollar. Der IGO-Price liegt dann bei 0,005 US-Dollar. Und es wird dann so sein, dass 15% sofort ausgeschüttet werden. Und sonst ist es so, dass man quasi täglich weitere Bestände bekommt, über sechs Monate hinweg, um eben den Markt nicht zu pump und dumpen. Mittlerweile gibt es auch einen relativ großen Twitter-Account, über 92.000 Follower. Dort findest du auch alle möglichen Informationen, die gepostet werden. Wichtig bezüglich der Tokenomics ist sicherlich auch noch zu wissen, dass es insgesamt 5 Milliarden Token geben wird, dass das Initial Market Cap bei 431.000 US-Dollar liegen wird und auch der Listing-Price bei 0,005 US-Dollar-Cents. Das ist aber eher ein Projekt, was sich eben long-term verorten würde. Wenn wir uns dann mal hier zum Beispiel die Daten von Cedify angucken, dann können wir uns hier dieses sogenannte Wear Moonsheet angucken. Hier sind auch mal alle Daten zusammengefasst. Und dann sehen wir eben auch einen entsprechenden Faktor, der durchaus realistisch ist, eine Verdopplung, vielleicht sogar Verdreifachung. Ich denke, das sind Sachen, die theoretisch möglich sind. Vor allem, wenn wir uns mal die Market Cap angucken in dem Verhältnis, da wissen wir, dass eine Million bzw. drei Millionen doch relativ konservativ sind. Ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird. Wir müssen uns auf jeden Fall erst einmal gedulden und gucken, wie das dann erst mal angenommen wird. Übrigens ist es so, dass natürlich auch in Zukunft noch weitere sehr spannende IGOs stattfinden werden auf Cedify. Deswegen solltest du dem Kanal unbedingt folgen, um up-to-date zu bleiben. Gut, ansonsten hoffe ich natürlich, dass dir dieses kurze und informative Video gefallen hat. Falls es so war, dann lass gerne noch schnell einen Daumen nach oben da, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, um auch die nächsten Videos nicht zu verpassen.